Die beste Methode, eine Krawatte zu binden, ist der 4-in-Hand-Knoten. Dieser Knoten ist schmal und modern und vor allem einfach zu binden und zu öffnen. 1. Schließe den obersten Knopf deines Hemds und stell deinen Kragen auf. 2. Lege die Krawatte um den Kragen, sodass sich das breite Ende auf deiner rechten Seite ungefähr einer Handbreit unterhalb des schmalen Endes befindet. 3. Lege nun das breite über das schmale Ende. 4. Lege das breite um das schmale Ende herum, sodass es nach rechts zeigt und halte dabei das schmale Ende fest. 5. Lege nun das breite von rechts nach links über das schmale Ende. 6. Ziehe das breite Ende nun durch die Schlaufe um deinen Hals und führe es dann vorne durch die nun entstandene Schlaufe hindurch. 7. Halte das schmale Ende mit einer Hand fest, während du an dem breiten Ende ziehst, um den Knoten festzuziehen. 8. Rücke den Knoten gerade, wenn nötig. 8. Überprüfe, ob deine Krawatte auf halber Höhe deiner Gürtelschnalle endet und stecke das schmale Ende in der Schlaufe auf der Rückseite deiner Krawatte fest. 9. Lege deinen Kragen um und vergewissere dich, dass die Krawatte ringsherum unterhalb des Kragens liegt.